Ah, ich hab grad in Werbung. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich in der Werbung eigentlich noch hört. Aber ich trinke mal. Ich warte mal auf euch und ich trinke mal einen Tee. Wie spät ist das eigentlich? Ach, da sind wir schon wieder. Da sind wir wieder. Weiter geht's. So, ich weiß nicht, ob das hier schon die Einfahrt ist. Doch, hier hatte ich ja vorhin das Tor aufgemacht. Dann, äh, könnte ich hier schon einstreuen. Obwohl, Moment, das ist doch nicht... Was war denn das jetzt hier? Hm, also das Futterlager, ne? Wahrscheinlich hier viel Gras. Silage, denke ich mal. So, fahr nochmal rum. Ah, da muss ich aber hier auch nochmal gucken, was war jetzt hier drin. Okay. Hier nochmal aufmachen. Unser Treff ist ordentlich voll. Was ist denn das? Ach, das ist die Mischstation. Ach so. Ja, hier könnten wir ja schon mal so ein... Ich weiß nicht, ob man das hier direkt jetzt abnäht. Aber da kommt ja auch Stroh rein, ne? Okay. Ach, hier muss man das rein kippen. Was ist denn hier? Hier vorne. Hm, gucken, ob da auch die Walzen anspringen. So, ein Stück. Ja. Ob da jetzt alles reinpasst. Ja, genau. Mann, 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 Mann. Ich fahr immer falsch. Immer. Da geht's lang. Jetzt können wir dann direkt da aufs Feld und den Drescher dann abtanken. Das ist dann auch kürzer. Ich fahr hier wieder schnell vorher, ne? Wenn ich denn nun die richtige Richtung fahr, aber ich würde behaupten, ja. Hallo, Alex. Da ist unser Feld. Da steht auch der andere Traktor. Ich fahr hier mal durch. Sollte ja kein Problem sein. Ich fahr einfach mal hier an. Das ist ja schon mal. Ne. Boah, Strohbaum ist hier. Hier echt richtig schön geholfen, ne? Das ist wieder echt gut. Wie meinst du, weil das so hoch ist, oder was? Nee, das ist nicht wirklich so. Das ist aber dieser, dieser, dieser... Boah, das ist dieser eine Mod, ne? Ich weiß gar nicht. Wie heißt der? Ist das dieser Strom? Nee. Was ist denn mal? Chop it strong, oder? Ist das doch dann, oder? Ja. 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 So, wir wechseln aber jetzt mal. Und tanken mal ab. So. Ja, hab ich sogar den Motor noch angelassen. Super. So, sich den Drescher irgendwo... Nö. Okay. Ich fahr einfach mal in die Richtung. Irgendwo auf dem Feld, wenn man schon antreffen. Und wenn ich das nächste Mal ablade, dann werde ich auch den zweiten Anhänger mitnehmen. Das macht ja auch Sinn. Und viel sehen Musik, du meintest doch das, äh, die Strohablage, oder? Oder die Schwadablage. Mit vergrößert. Oder ist das Bild irgendwie merklich? Aber Moment. Moment, Moment. Jetzt seh ich's auch. Was denn da passiert? Hä? Warte mal. Moment. Moment. War das jetzt die ganze Zeit schon so, oder? Was denn das für ein Scheiß? Moment. Das gibt's doch gar nicht. Hm. Also bei mir sieht das jetzt echt ganz anders aus. So. So. 1280 mal 720 mal jetzt mal mal gucken was dabei rauskommt nee das ist sehr merkwürdig also ich kann es gerade nicht beantworten woran es liegt obwohl doch ich habe schon eine idee aber wenn ich jetzt pass mal auf wenn ich jetzt ich gucke noch mal 1000 so als probiere ich noch mal und ihr sagt mir mal wie es bei euch läuft ok ich habe es mal ein bisschen mehr leistung drauf geschmissen ist immer noch komisch hallo lukas sagen wir mal festgestellt dass das bild irgendwie vergrößert ist und ich weiß das ist noch nicht warum ich kann machen was ich will es bleibt so komischerweise gut ich suche jetzt um den drescher der soll irgendwo rumstehen aber die vergrößern ist noch komisch oder weil das war die ganze zeit eben nicht und ich habe nichts verändert und auf einmal so schrug technik also so soll das definitiv nicht sein ich überlege es gerade hin und her was man da machen könnte jetzt dann Untertitelung des ZDF, 2020 Achso, ich bin voll. Okay. Ja, ich würde sagen, wir laden jetzt noch ab und dann soll es das für heute jetzt mal gewesen sein. Ich danke euch schon mal für dafür, dass ihr überhaupt dabei wart. Vielen Dank. Und ja, ich werde mich darum kümmern, was mit dem Bild da passiert ist. Und wie gesagt, die Einstellung gucke ich mir generell nochmal an. Das war echt komisch, weil vorhin über das Bild bin ich der Meinung Astralen. Das sah echt gut aus. Und tja. Das streamt so lang quasi. So, dann machen wir hier diesen Riesenhaufen mal noch größer. Ich weiß nicht, ob ich noch was draufpasst. Gut, dass der nicht nach vorne läuft. Gut. Wie gesagt, dann vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns ja öfter hier auf Twitch und lernen uns ein bisschen kennen. Tut mir leid, dass dieser erste Versuch dann am Ende dann doch so ein bisschen noch fehlgeschlagen ist. Also warum das sich jetzt vergrößert hat, ich habe keine Ahnung. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich versuche nochmal, ob ich hier irgendwie mich raus scrollen kann, aber nö. Geht nicht. Komisch. Ich weiß es nicht. Ich mache mich schlau. Ich werde es demnächst, hoffe ich, dann besser eingestellt haben. Und vielleicht schaut ihr nochmal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht und noch viel Spaß. Macht's gut. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielen Dank.